Kommen aufs Pfirsichfeld Jaja, ich bin schon voll Ja warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht Ja, jetzt machen wir schneller Los, die Gastarbeiter schneller hier drüber Also, äh, kurz Sebo, ganz gut fahren Ich hab mein ganzes Harp und Hut dabei 2000 Dollar Ne, da fehlt noch Da kommt jetzt noch einer, ein Gastarbeiter So, kann man aufmachen? Ich glaub, einer fehlt noch, ne? Ja, Marvin mit seinem komischen Strohhut da Ne, Marvin ist drin Der ist drin Ich glaub, ich find's los Ich find's jetzt schon mega lustig Alter, guck mal, wie die zu dritt drin sitzen Vor allem, was für ein Service, ja? Kriegen wir hier Taxi von Ey, warte doch auf ihn Fahrerin, warte doch auf ihn Ich hab gesehen, ich hab vor, wir würden Zu, zu Sturmgewehr gehen und ihm sagen Ey, fahr uns mal rum Ich bin auch mit Warte Warte doch nicht Ich glaub, das ist hier alles viel persönlicher Ich glaub, das ist hier alles viel lustiger und viel schöner Ey, wer ist denn hier, kein Platz mehr für dich? Wir sind voll Danke Warte, lass dich bitte bei der Garage raus, denn ich's für den letzten Mal Lachen wir ein bisschen ausrauben jetzt hier Jaaa Ähm, Sebo, sind hier kurz, äh, kurze Musikclips abspielen, ist es erlaubt? Wir sind hier, wir sind hier der Gastarbeiter, Gastarbeiterautor Wie, wo geht's denn hin? Schinken sie uns jetzt in die Minen? Also gar nicht, selbst nicht so Imperial Marsch von Star Wars Gar keine Mossick Ja, mach mal Ja, mach mal Sing mal So, sing Ne, ich hätt's, ich weiß jetzt Dann stellen wir uns dann so ein Lagerfeuer und dann singen wir das Lagerfeuer-Lied Okay, ich spiel Gitarre, trifft sich mal gut So Leute, sammeln Sammeln, was ist das Zeug herrlich? Alle an einen Baum, ja Der Baum muss, muss danach tot sein Dann schauen wir das richtig, dass wir hier jetzt pflücken müssen Was denn? Merlin, hab ich gesagt Wer ist jetzt ausgestiegen? Ich Ja, David Hey, wer ist ein Ingame-Zipfel-Klatscher? Tschüss Achso, okay Mega, mega geiler Name, Alter Ja, hast du doch den Bullen vorhin gehört? Und zwar der Herr Klatscher, Zipfel mit Vorname Aber jetzt mal ganz kurz, also wenn die nicht völlig bekloppt sind und sie hier 8 SOA-Leute in einem Channel hocken mit einem Admin Sebo Ja Naja Ne, na musst du bald wieder ändern Ist auf jeden Fall funny, Alter Ja, ja Ne, in zwei Wochen heißt es, wenn wir ziemlich dick geworden sind, ihr habt sich alle vorm Admin gebückt Aber Leute, das ist doch so viel besser als wie Team Milan einfach Arsch im Teckel Ja, vor allem Tage hier irgendwie doppelt so viele Sachen farben allgemein als bei uns Jungs, Jungs Ja Ja, das war echt cool Ja, das war echt cool Nein Torn Was? Ja, was hab ich gemacht? Ja, was hab ich gemacht? Ja, was hab ich gemacht? Ja, hat gerade einer ausm Auto geworfen Wir haben Platz für dich Ich glaub gar nix ist jetzt vorne drin Ich glaub gar nix ist jetzt vorne drin Ich glaub gar nix ist jetzt vorne drin Nur weil er nicht genug gepflückt hat Ja Ja Für sich kaufen, für sich kaufen, gell Oh ja, ey Mach mal Platz, ey Wir sich Saft herstellen Boah